So, weiter geht's mit der nächsten Folge. Und ab jetzt ist blind. Ja, das heißt also, das hab ich noch nicht gespielt. Schnell mal schauen, was denn... Jaja, das ist das. Zu dem müssen wir wohl... Ähm... So, okay, wir blenden mal aus, zurück zu Hause. Haben wir Nebenaufgaben? Nein. Nein, 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 nein. Gut, okay, 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 okay. Die hab ich nicht bei mir. Oh, das war falsch. I know this is gonna sound like science fiction to you, but I managed to escape from Abundance's prison camps. Yeah. Those bastards, they make me sick. They sure gave us hell on the battlefield. But we still took Green Hope. And where were you? Which camp? You happen to know Prowess Martin? Those pigs got him too. He was captured during the fights on the 12th highway. Mm-hmm. Mm-hmm. You know, there are several camps, Sergeant. And even if he happened to be in mine, it's a big one. I don't know every prisoner. Yeah, too bad. I just wish I had some news about him. Those abundance bastards don't let anything through. Anyway, where are your papers? Mm-hmm. I know you have a hard and unsatisfying job. How about I make your life a little easier? You forget you ever saw us. That's not me. Are you like trying to bribe us? Mm-hmm. With what happened lately, that would be just as good as signing our own death warrant. Where are your papers? Mm-hmm. Very well. I suppose you want more? We can make a deal. Nee. I don't know who you think you are and what we are, but you'll explain it all at the office. Come on, we take him in. Oh, man. Mm-hmm. Das wollte ich nicht. Na. Das wollte ich nicht. Ah, ja. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich weiß, es gibt auch eine friedliche Lösung. Friedriche Lösung. Das ist eine andere. Da. Naja, egal. Wir erledigen ihn wenigstens nicht. So. Dann alles haltes Spiel. Gut. Wer ist das? Niemand? Ist das richtig? Ja. Ja, komm, einmal gucken wir es uns mal noch komplett an. Okay, alles nur Statisten. Sind wir wieder im Feind des Landes? Wollte ich nicht. Ja, diesmal brechen wir es ab. Nein. Nein. Ja, das ist noch dark. Ah, ja. Nein. Ander. Ja. Wir sind nicht. Ja. Ja, hier sind ich. Okay, das wollte ich nicht. Okay, sag mal. Das lohnt sich zwar sehr, aber ich hatte das nicht vor. Nur drei, das waren doch mehr. Oder? Echt? Na, dafür habe ich aber hier was gesehen. So, schon mal gucken, wo lang wissen wir. Was, wo lang wissen wir? Da, da. Ist das das da? Ja. Ist ja gut. Und jetzt? Niemand. Okay, da dann. Springen können wir gar nicht, ne? Ne. Okay. Wir machen das Ganze ein bisschen schlauriger. Ja, okay. Ähm. Nein, das ist es nicht. Ja, super. Ich muss noch mit Kamera laufen. Ah ja, gut. Okay. Oh, oh. Dem wird das übel. Wieso? Das ist nicht schön. Okay. Mhm. Hm. Richtig. Hm. Vorher gibt es noch ein bisschen Lut. Ähm. Oh. Das wird wahrscheinlich nicht... Äh. Man, man, man. Okay. Ich mach trotzdem lieber den Nahkampf. Warum die eigenen Leute? Oder warte mal, Abundance? Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Und jetzt? Und jetzt? Nein. Wie komme ich denn jetzt zurück? Flüchte in die Armenviertel. Okay. Wo auch immer das ist. Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht lang. Gucken wir mal auf die Map. Okay, gut. Alles klar, kreuzen, abbrechen. Okay, Armenviertel, in denen da noch so viel rumliegt. Na gut, komm, wir gucken uns das an. Ist da irgendjemand? Nein. Ähm. Nein. Dann sag mir bitte kurz mal. Ach, da geht's ja weiter. Oder? Okay. Also, Level-Design-mäßig haben sie eigentlich nicht viel Neues gemacht. Geht nicht, gut. Das wird jetzt ein bisschen schlauchig, ne? Oh, und wir haben wieder alle gegen uns. Hey. Ach, Mann. Äh, bisschen seltsam jetzt. Also, keine Ahnung. Gefällt mir nicht so gut. Nochmal. Gucken wir doch mal ganz kurz, was wir hier wo haben. Äh, was haben wir denn? Oh, ich hab noch ein paar Punkte. Dann würde ich sagen, nein. So, ein bisschen nein. Tiefer Einschlag. Ja. Mhm. Schild. Gut. Hm, das nehmen wir auch. Und dann gehen wir mal zurück, gucken, was war da, wo wir richtig gut sind, noch können. Äh. Wie viel haben wir zwei? Das bringt dann nichts. Was haben wir hier? Hm. Mhm. Okay. Geht nicht. Und das da? Das ist ausweichen. Nein. Gucken wir mal, was oben geht. Nein. Sandwurf. Das ist diese ganze... Nein. Dann würde ich sagen... Noch ein Punkt. Okay. Dann schauen wir doch mal ganz kurz. Nein. 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 So, das ist die Nadelpistole. Schockwelle. Fluidkosten. Elektrischer Bogen. Na, dann lassen wir doch mal. 23-Position ist nicht gut. Fallen. Fallen? Nein. Was haben wir denn noch für eins? RB. Machen wir RB. Ah, was ist denn Waffenladung? Energieschild. Ne, komm. Waffenladung. Was ist das denn? RB. Gucken wir doch mal. RB. RB. Und das da. Schockwelle. Elektrischer Bogen. Dann machen wir doch da mal... R... Ne. LT hin. So, okay. Jetzt haben wir alles. Ähm... RT. LT. Und RB. Oh, komm. Geh mal rein. Hm. Mhm. No. Okay. Aha. R. B. Nein. Okay, Leute. Das da wird so nix. Nochmal gucken. Ja. Bin gerade ein bisschen am losen. So, nochmal. Nein. Nein. Ich. So. Also. L. Links. Top. Das ist das. Und das da. Und das rechts. Das da. Okay. Da steht es doch. Und R.T. Das da ist Medizin. Was soll das? Das bringt ja gar nix. Oh, Leck. Ich wollte den Hund doch nicht. Oh Gott. Der macht ja gar nix. Okay. Also erstmal der elektronische Bogen klingt gar nix. Ich wüsste ganz gern mal, was das bedeutet. Und nochmal. Mann. Ja. L.T. Na, dann probieren wir das mal. Aber jetzt machen wir das da auf R.B. So. Mhm. Und das da bleibt. Das da wird dann R.T. Jetzt probieren wir das mal nochmal. Und da wird dann auch noch mal. Na komm. Ey, hör mal auf jetzt. Oh ne, komm, das war doch knapp. Aber irgendwie ist das nicht meine Kämpferei. Nochmal, ein letztes Mal. Ich weiß auch nicht. Jetzt hör mal auf mit dem Drecksvieh. Nein! Es ist auch einfach. Bin ich heute so scheiße drauf? So, jetzt nochmal schauen, wo ist diese Drecks... Ja, na, immer falsch. Wo ist die Pistole? RT. Gut, dann machen wir doch erstmal mit der Pistole. Rt. Okay. 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 Hm. Hm. Na komm, dann mach doch einmal richtig und... Ich will doch den Dreckshund nicht. Nein. Oh, fuck. So, der letzte. Den schaffen wir aber noch. Boah, Alter. Das müssen wir noch üben. Aber wir haben es geschafft. Das hätte ich gern geübt. Bist du wieder fit? Naja, geht so. So. Ähm, ich glaube, ich muss... Nein. So. Inventar. So. X aufrüsten. Mal schauen, was wir da machen können. So. Das ist das, was ich habe. 22. Geht da noch was Besseres? Nein. Ja. So. Griff. 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 Nein. Ja, ist klar. Da geht nicht viel. Haben wir was anderes? Nee. B zurück. Sonst hat er nichts. Warte mal. Das ist Waffen. Ähm, so. Arbeiterkleidung. Oh. Aufrüsten. Das weiß ich. Aufrüsten. So. Ah ja. So, gucken wir doch mal. Besser geht's nicht. Ah ja. Brauchen wir nicht. So. Was haben wir noch? Ähm. Kostet 3 Punkte. Ähm. Schau jetzt. Chance auf Beute. Noch mehr. Ähm. Stell 15. Böderlebensarbeit. Kostet 4 Punkte. Ja. Schaltet die besten hergestellten Objekte frei. Fix Cycler. Ähm. Da kommen wir aber das mal. Keine Ahnung, was das bedeutet. So. Mhm. Nein. Ähm. 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 Eigenschaften sind mal fertig. So. Ähm. Amateur. So. Alles fertig. Warte mal. Äh. Und dann das da mal. So Attribute. Ähm. 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 Das ist also einfach nur. Äh. Ne, 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 ne. Nochmal. Äh. So. Und dann das Gegenstände. Ja. Ach, können wir herstellen? Können wir nicht herstellen? Nein. Nein. Warte mal, ne. In diesem Werkzeug kannst du, kannst du, ja. Kasten kannst du spritzen und Munition herstellen aus und kannst du damit Gegenstände transformieren, wenn du Eigenschaften und Recycler anfolgst. Mhm. X. Was denn? Ähm. Munition. Ach, im Moment nicht. So. Okay, 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 okay. So. Wie geht's weiter? Wir müssen... ...da lang. Äh. ...müssen wir vielleicht schleichen? Mhm. Da ist einfach niemand. Okay. Aber da haben wir was. Also, die haben sich im ersten Kapitel aber mehr Mühe gegeben, oder? Haben wir hier irgendwas? Nein. So. Ach, nicht schon wieder. Es sind schon wieder vier. Haben wir einen Hund dabei? Nein. Karte. Mhm. Nein. Wenn ich da runterkriegt, da bin ich so gut wie tot. Ist das so richtig? Ja. Ja. Oder? Ja. Mhm. Na toll. Dann springen wir mal kurz weg und dann machen wir den weg. Kleiner, du könntest mir mal helfen. Okay, das war ein bisschen weniger knapp. Wow, naja gut, ist aber ganz gut, um die Aufnahmepause zu machen, erstmal noch bestätigen. Nicht Aufnahmepause, Quatsch, nächste Folge, na? Ja.